Ich bin total begeistert, von 5 auf 30 Teilnehmer und sowas im August. Und ich habe jetzt das Gefühl, eine völlig neue Chance zu haben, mein Geschäft zu betreiben. Ganz ehrlich, ich halte Herrn Lambert absolut für verrückt. Für so ein kleines Geld, all sein Wissen, was er seit 15 Jahren angesammelt hat und den Menschen in so einer Qualität und so einem Beitrag zur Verfügung stellt, es gibt ihnen die Möglichkeit, dass sie 100.000 Euro machen mit diesem Wissen und weit mehr. Und ich habe gesagt, das kann nicht wahr sein. Am Anfang war ich total skeptisch und ich bin so ein klassischer Unternehmer 1.0, der alles bis jetzt an Technik seiner Sekretärin, seinem Assistenten oder seinen Mitarbeitern delegiert hat. Und ich habe ganz wenig Affinität zu Facebook und zu der ganzen Technik und trotzdem habe ich mir aus der Not heraus diese Dinge dann irgendwie versucht, selber beizubringen. Ich habe Webinare besucht und Kurse besucht bei anderen Anbietern und sage Ihnen ehrlich, da wo es richtig losgeht oder wo es in der Praxis losgehen soll, da steigen die alle aus. Und deswegen habe ich mich komplett auf Diaklambert eingelassen und er sagte, Herr Gunkel, ich helfe Ihnen, ich nehme Sie an der Hand und ich führe Sie durch den ganzen Prozess. Und seine Professionalität und seine Liebe zum Detail ist genau das, was den Profi vom Amateur ausmacht. Wissen Sie, ich habe mir viele Mitbewerber angeguckt und wo ich woanders eine Startseite oder eine Webseite gebastelt gekriegt habe und dann alleingelassen worden bin, da macht Diaklambert ein komplettes Programm mit Ihnen, wo er von Anfang bis zum Ende bei Ihnen bleibt und Sie an der Hand nimmt. Und da, wo andere aufhören, da fängt Diaklambert erst richtig an. Ich war skeptisch über diese Pushy-Formulierung und dachte, das ist zu reißerisch und zu schreierisch. Dann habe ich ein Mailing formuliert, das erste Mailing, was wir über meine Liste gemacht haben und habe eine Konvertierung gehabt von 15%. Dann hat er das zweite Mailing gemacht bei der jetzt im Grunde genommen kalten Liste und kam mit seinen Texten, die er mir gar nicht gezeigt hat, weil er gesagt hat, oh, wenn ich Ihnen die zeige, dann machen Sie es gleich nicht. Hat er die Liste wieder ein zweites Mal beworben und kam auf eine Konvertierung von 42%. Also da sieht man, wo ein Profi dran ist, da haben wir als Amateure wirklich keine Chance. Und da habe ich mich eingelassen und er und sein Team hat alles gemacht. Wir haben ein Webinar gemacht bei 35 Grad mit einer Teilnehmerzahl von 150 Teilnehmern. Also sensationell. Ich wurde supported, ich habe die PowerPoint-Präsentation gekriegt, die ganzen Einladetools, die ganze Liste wurde gemacht, ich wurde begleitet bei dem Webinar. Dann überdies hinaus wurden Landingpages gemacht, Opt-in-Feld gemacht, Zahlungssystem, Affiliate-Partner eingerichtet. Alles ist fertig, alles ist fertig. Und in einer wunderschönen Art und Weise, hochprofessionell, auch Leute, mit denen ich gesprochen habe, die in der Branche sich auskennen, sagen, wow, wer hat das gemacht. Also wirklich hammermäßig. Und das Ganze hat zu einem Wahnsinnsergebnis geführt. Und ich kann nur eins sagen, wir hatten einen Dreh gemacht. Da ging es darum, dass ich im Auto einen Film, ein Video gedreht habe, wo ich mich selber aufgenommen habe. Da haben wir so eine TomTom-Halterung genommen und da ein Video dran gemacht. Und ich glaube, ich bin anderthalb Stunden rumgefahren. Er hat mir noch den Text aus Diktiergerät gesprochen, so konnte ich den auswendig lernen und ganz locker bringen. Und danach haben wir jedes einzelne Wort, was dann aus der Verkaufsseite notwendig war, hat er mir im Grunde genommen vorgesprochen. Jede Betonung hat gestimmt und jedes Komma war richtig gesetzt. Und ich glaube, das ist der genaue Unterschied, der den Guten von einem wirklich absoluten Top-Mann unterscheidet. Und ich weiß genau, dass Sie bei Dirk Lambert nicht nur bei den Top-3s der Branche sind, sondern bei dem Einzigen, der wirklich mit Herz und Leidenschaft Ihnen zur Seite steht, bis Sie das Ergebnis erreicht haben, was Sie sich wünschen. Durch die Technologie und diese Umsatzmaschine, die Ihnen Dirk Lambert zur Verfügung stellt und für Sie individuell baut, haben Sie eine völlig neue Art und Weise, Ihr Geschäft voranzubringen. Seitdem ich diese Methode mit Dirk Lambert anwende, haben wir Sog erzeugt und die Kunden kommen von sich auf uns zu und wollen bei uns kaufen. Das ist das, das ist die Drehung, die Sie durch die Veränderung dieser Online-Maschine für Ihr Geschäft einsetzen werden. Jetzt sind Sie dran, Standard, Profi oder Platinum. Es gibt Menschen wie mich, die haben einen ganz einfachen Geschmack, die nehmen immer nur das Beste, weil das ist am Ende billiger. Wenn Sie Standard nehmen und dann hängenbleiben bei der Umsetzung, dann schimpfen Sie nicht auf mich. Einziger Haken, für die Platin Edition nehme ich pro Workshop nur acht Klienten in unser Programm auf. Warum? Mehr kann ich seriös nicht entwickeln, das ist ein kreativer Prozess, erfordert sehr viel Detailarbeit und Coaching, damit das Ganze ein Erfolg wird. Warum machen wir das für den kleinen Preis? Will ich Ihnen erklären, ganz einfach, weil ich Referenzprojekte haben möchte von Menschen wie Ihnen, die plötzlich Ihren Umsatz verdoppeln, vervierfachen, verzehnfachen. Und genau das ist Ihre Chance, jetzt für einen mehr als fairen Preis sich einen massiven Umsatzsprung zu verschaffen, um den Ihre Mitbewerber und Ihre Freunde Sie beneiden werden und der Sie in eine völlig andere Einkommensregion katapultiert und Ihre Lebensfreude, Ihre unternehmerischen Instinkte wieder nach vorne bringt und der die Lebensqualität und finanzielle Sicherheit von Ihnen und Ihrer Familie für immer verändern wird. Mein Name ist Dirk Michael Lambert, jetzt sind Sie dran. Wenn Sie schlau sind, sehen wir uns auf meinem Umsetzungsworkshop die 100.000 Euro Verkaufsmaschine. Und darum mein Tipp, treffen Sie jetzt eine Entscheidung und wählen Sie hier Ihr Paket, denn Sie wissen es, es gibt nichts Gutes, außer man tut es und nur wer aktiv wird, kann bessere, kann andere Ergebnisse erwarten. Meine Hand, die ich Ihnen heute reiche, ist, dass ich Ihnen ein Schienenprogramm gebe mit meiner 100.000 Euro Verkaufsmaschine, die bisher in jedem Markt bei jedem Produkt einen dramatischen Umsatzsprung produziert hat.